Aargggggt! Klatsch noch mal ich will Paul Repae mal sehen. Paul Repae hier oder was, Alter? Anscheinend er hat sich voll gefreut, dass du ihn zitierst. Neh, der macht er ja nicht von her, der macht von. Ich mache von her, dann ist das neue. Hab hier Paul Repae gesagt oder? Heißt der überhaupt mal... Der heißt immer Paulsocial inherited Paulrikken. Er hatte so Bombe Tweets, wo er gesagt hat, beispielsweise damals noch... Der redet immer an Watching. dayowsag��gabe... Digga, was hat er einmal gesagt? Damals in Buenos Aires mit Boatengs noch ordentlich einen durchgeroffen. Ey, super. Jetzt auf den Balkon gehen noch zwei Ofenbaguettes und dann ordentlich Funkenknuspern, tip top. Das ist geil, Alter. Funkenknuspern, das Joint rauchen. Beste Funkenknuspern. Er hat heute noch, er hat heute noch, Herr Böhmermann gefragt. Herr Bernermann, ich komme heute in Hippopose, okay? Herr Bernermann. Ich weiß, wir haben uns einmal einen Abend lang, als er neu war, haben uns einen Abend lang seine Tweets vorgelesen und so geplatzt. Ich weiß, genau so war bei uns auch. Wir haben fünf Tage nicht geguckt. Ey, das war dann, als wir voll auf den Paul Repete. Bitte verwechsel mich nicht mit Paul Rippe, okay? Benutze 4,5 Weitwinkelobjekt von Objektivherr.